Wir haben leider noch einen dritten Teil des Pochave Interviews. Harte Kost, glaube ich. Geht da hier zu weit. Ich bin Christian Helmschemeyer, Partnerabhäupt, Diplompsychologe, Beziehungscoach. Das ist eines meiner Bücher, mein drittes Neue Dimension der Liebe. Da rede ich auch viel über 3D versus 5D-Liebe. Die haben eine ganze Menge 3D und den Liebescode und so weiter. Und man aktuelles heißt Feuer und Flamme. Ja, ansonsten gehen wir einfach mal rein, ziehen uns das noch mal rein und gucken mal, was wir jetzt noch so haben. Wie geht das denn jetzt weiter? Also getrennt, getrennt? Das weiß ich doch nicht. Nein, nicht das. Wir müssen eine Zwei-Staaten-Lösung finden. Das ist mein Motto. Ja, die habt ihr doch, aber ihr wohnt ja getrennt. Ja, das hätte ja irgendwie Palästina auch gerne. Ob das funktioniert? Aber jetzt da noch ein Witz über politische Situationen zu machen, ist vielleicht auch ein bisschen unpassend. Aber gut, fühlt sich natürlich oft wie Krieg an, diese Trennung. Also je mehr man ihn hört, umso schlechteren Eindruck kriegt man von deren Situation gerade. Scheint ja gar nicht gut zu sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Amira das so lustig findet, diese ganzen Interviews. Aber ja, das ist noch nicht ganz sicher. Aber Amira wohnt ja in einem anderen Haus. Absolut, in dem Haus, wo ich vorher mit Sandy gewohnt habe. Also von daher, sie hat schon ein gewisses Gespür irgendwie auch da Punkte zu setzen. Wie oft kannst du deine Kinder sehen? Jederzeit, wenn ich will, kann ich sie jederzeit sehen. Aber ich mache das auch emotional, bringt ja nichts da rein. Heißt ja auch, sie haben keine Regelungen. Das wirkt natürlich immer oft so bei Paaren, die frisch getrennt sind. Aber so frisch sind sie ja scheinbar gar nicht getrennt. Also irgendwie, manche sagen ja schon, dass sie schon länger getrennt sind. Dann kann man natürlich auch sagen, Amira kann ja machen, was sie will. Aber irgendwie glaube ich da nicht so richtig dran, weil da wäre glaube ich nicht so abgefuckt irgendwie. Na der irgendwie da vor der Tür steht, Ding Dong Hallo, hier kann ich mal die Kinder sehen oder so. Das ist ja auch wahnsinnig uncool. Also man muss schon jedem dann irgendwie seine Zeit lassen und wenn es... Ja, also ich achte ja eigentlich wenig auf solche Sachen, aber guckt euch mal die Haut am Hals und so. Ach, der ist schon echt wütend verletzt. Dann trägt er auch noch ein Hoodie von den beiden, oh mein Gott. Wenn man angeboten wird, macht man das. Das ist auch erfahrungswert aus einer Patchwork-Situation, wie es halt ist. Ich bin ja froh, bei Sandy ist es ja anders gewesen. Die war halt einfach in Miami und da musste es da halt aber für ein Wochenende irgendwie lustig nach Amerika fliegen. Jetzt ist es halt irgendwie mit dem Auto 200 Meter fahren so ungefähr. Ähm, abwarten. Aber das geht. Also du kannst auch unangemeldet kommen. Du kannst sagen, wie jetzt die Kinder sehen. Ja, man wird ja immer ganz so lustig gesehen, aber wenn es Trennungen gibt und wie gesagt, die gehen ja auch meistens von der Frau aus. Aber letzten Endes sind natürlich oft, wissen wir jetzt nicht, wie das bei denen ist, beide verwickelt. Aber für Männer heißt es natürlich oft, ähm, dass sie die Kinder kaum noch sehen und, äh, das wird gesellschaftlich vielleicht ein bisschen wenig betrachtet manchmal, was das auch, äh, klar es gibt Männer, die kümmern sich nicht. Aber für viele Männer ist es auch eine Menge Leid, die da generiert wird, äh, vor allem, wenn die Kinder auf einem anderen Kontinent sind. Ähm, ja, denkt man schon, dass er so ein, jemand ist, der doch ein, ähm, sich viel kümmert um die Kinder. Und, naja, nicht schön. Kein Streit. Naja, also ich würde das einfach nicht machen. Was soll ich denn da klingeln oder klopfen oder irgendwas anderes? Also die Kinder müssen ja auch eine gewisse, äh, äh, Stabilität haben. Das bringt ja nichts. Und wenn sich die, äh, solange sich nicht... Ja, dafür gibt es ja Regeln, aber wie gesagt, da sind sie auch wie, wie ein normales Paar. Die meisten haben erstmal keine Regeln, ja. Äh, äh, die Elternteile so im Griff haben, dass sie vor den Kindern normal agieren können, macht das ja keinen Sinn. Hm. Ist Scheidung ein Thema? Äh, selbstverständlich. Jetzt schon? Worauf sollte ich denn noch warten? Ach so. Also das heißt, Anwälte in Stellung gebracht? Das heißt, Anwälte in Stellung. Von meiner Seite gibt es irgendwie zwei Punkte, die können wir schnell klären und dann ist halt gut. Ja, diese zwei Punkte können aber, absolute Kracher sagen. Ich glaube nicht, dass es nur darum geht, ähm, sehe ich die Kinder jetzt, ähm, äh, drei Tage im Monat oder vier Tage im Monat oder fünf Tage, das wird es wohl nicht sein. Ähm, das ist ja, ähm, naja. Ja, oft, ähm, wenn dann das Band der Beziehung nicht mehr da ist, dann geht's ja richtig zur Sache, wenn der Kuchen verteilt werden soll, ne. Ja, und die wissen natürlich auch nicht, ja, also ich würde ja ihm wünschen, dass er einen Ehevertrag hat, gehe ich jetzt aber davon aus, dass er so schlau ist, ist ja auch nicht die erste Ehe. Äh, und wenn nicht, das ist natürlich scheiße, ne. Das heißt, wie schnell geht sowas über die Bühne? Ich habe keine Erfahrung damit. Ja, das geht relativ zügig. Wenn du das willst, irgendwie, äh, musst du dich anmelden und dann musst du halt diesen Trennungsjahr vorweisen. Da kann man ja sagen, da warst du schon vorher zerrüttet, bla bla bla, dann kriegst du einen Termin, das ist im Februar durch. Du hast ja eben drüben gesagt. Gut, das heißt ja, Februar schon zerrüttet, aber noch nicht getrennt. Na, also wann sie jetzt offiziell getrennt sind, wie gesagt, weiß ich nicht. Also wann sie meinen, sie werden getrennt. Aber gut, diese Phasen sind natürlich immer sehr messy und ich denke, man kriegt ja auch so langsam eine Idee, dass sie, falls sie fremdgegangen sein soll, Titi, dass das vielleicht auch nicht so ganz aus dem Nichts kam, sondern, ja, also wie gesagt, ich finde, dass sie auch schon in dem Podcast ganz schön angemeiert haben teilweise, schon länger. Dass sie ja relativ viel Druck macht, also geht das eher von ihr aus oder geht das von... Ich bin total tiefenentspannt, also gegenüber den Kindern kann ich mich nochmal verhalten, aber jeder muss ja selber für sich entscheiden, wie er... Absolut, tiefenentspannt. Also alles gut, also ich bin, ähm, ich bin an der Lösung interessiert und es zeigt ja auch, äh, das mit Sandy und allem drumherum, äh, wir müssen die nächsten 15, 16 Jahre sowieso miteinander auskommen irgendwie, also wir haben die Kinder... Selten jemand gesehen, der so abgefuckt war von seiner Ex-Partnerin, ja, da wird wohl, wird wohl nicht nur eine Sache gewesen sein, die ihn jetzt aufregt. Äh, die hat man in die Welt gesetzt, ähm, und da wird man jederzeit miteinander zu tun haben müssen und irgendwann, spätestens, wenn man Geld braucht, wird wieder das Telefon klingeln, also das ist bei allen Mädels gleich. Ja, nächster Tiefschlag. Was soll man dazu sagen, also erstmal, äh, das ist natürlich, äh, dieses ganze Problem, du datest einen Fan, ich meine, sie wird ja gewusst haben, wer er ist, äh, dass er ja auf Tinder ist, war damals, ist das eine gute Idee, ich weiß nicht, ich glaube, es ist keine gute Idee für einen Promi. Man denkt ja so, das ist ja so easy, klar, wird überschwemmt mit Angeboten, äh, suchst dir da für dich vielleicht die hübscheste raus, aber ist das dann auch die, die die Qualitäten mitbringt, ähm, dass du eine lange Ehe führen kannst, ähm, kann er das überhaupt? Das sind alles Fragen, die können wir nicht beantworten, aber die stellen sich natürlich und du bist natürlich als Promi immer in Gefahr, äh, einen Goldjäger zu heiraten, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, was die eine ist, aber die Gefahr ist natürlich riesengroß, so, ne? Und, äh, das ist vielleicht doch mehr um den, das muss ja auch gar nicht bewusst sein, doch mehr um den Fame geht, als man denkt. Und dann wird das Ego aufgeblasen und dann, äh, kriegt man selber ein bisschen Fame und dann, äh, kommen die Redpiller wieder ins Spiel, die dann sagen, ja, die Frau will ja mal nach oben daten und dann, äh, wenn die Frau dann nicht richtig loyal ist, dann, äh, dann, äh, wird halt gerne mal nach oben gedatet, wobei ob jetzt, wir wissen ja jetzt nicht, wen sie jetzt datet, aber, ähm, das passiert halt gerne mal. Und, äh, andererseits muss man natürlich sagen, das finde ich so ein bisschen unfair, äh, ob man das jetzt gut findet, also ich meine, ich finde's, also, ich, ich denke mal, die Welt hört sich auf zu drehen, wenn ich das höre, dass jemand so Influencer kritisiert hat und dann selber einer ist wie Amira. Aber gut, diese Doppel, Doppelmoral, Doppelstandards gibt's natürlich überall auf Social Media und, aber am Ende des Tages muss man natürlich sagen, ich meine, sie hat, glaube ich, fast eine Million Follower, sie wird jetzt durch diese Sache, äh, wird sie nochmal richtig durch die Decke gehen, ähm, ähm, sie wird keine Geldprobleme haben, die wird bestimmt nicht bei ihm betteln für Geld, also das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Aber auch hier für viele normalos Männer nach der Trennung ist es natürlich die Realität, nicht nur, dass sie ihre Kinder nicht sehen, sondern auch, ähm, ja, Ehe kaputt, Kinder weg und Geld dann auch noch häufig weg, ähm, das ist leider auch eine Realität, aber für ihn trifft das jetzt, glaube ich, nicht so zu. Also ich habe ja das Gefühl, es liegt sicherlich an deiner jetzigen Situation, aber das ist der Moment, die, die, alles was rund um Frauen, ist es ja, ist es relativ, ist es relativ nackt, naja, was soll ich sagen, also ich meine, Relativ nüchtern, oder eher nüchtern, sagen wir mal. Was heißt nüchtern, also Realität, also das habe ich ja kennengelernt, also es ist ja, es ist ja ein Erfahrungswerte, komischerweise, wenn ich mit, äh, auch mit vielen Männern in einer ähnlichen Situation rede, ich habe ja in irgendeiner Weise auch einen Punkt getroffen mit dem, was ich mache, ähm, dass viele mir ja irgendwie das bestätigen, und dass es eine Veränderung gibt. Ja, was, was bestätigen? Ja, in der... Was bestätigen, also, meine, er stellt sich jetzt als das alleinige Opfer dar, äh, ich meine, er war ja auch in der Ehe vier Jahre und musste natürlich auch fragen, habe ich da irgendwo zu beigetragen, wie gesagt, das wissen wir jetzt alles nicht, ja, Mira äußert sich ja auch nicht, ist ja auch schlauer, denke ich, aber, ja, das ist natürlich schon so ein bisschen eindimensional. Nähe eines prominenten Mannes, äh, und mit den Möglichkeiten, die man hat, das ist ja recht offensichtlich. Also, du führst es darauf zurück, auf deine Prominenz? Nö, die Prominenz nicht, aber, äh, Geld und Status verändert die Leute. Ja, aber das, ja, stimmt, aber vorher hat er seinen Status ja auch genutzt, sie überhaupt kennenzulernen. Also, sonst, ich meine, ich würde mal sagen, dass, äh, er ist ja jetzt nicht, äh, Mr. Bodybuilder, ähm, wie gesagt, no front gegen ihn, aber, sagen wir mal ehrlich, wenn er den Status, äh, hätte er nicht diese Möglichkeiten auf dem Datingmarkt und da war es gut genug. Und, äh, da hat er mit seinem Status vermutlich mal eine ausgesucht und, ähm, jetzt ist es aber falsch wieder, ne? Ja, das ist aber das Problem von reichen Leuten, Leuten mit hohem Status, äh, ja, das ist deren Pain vielleicht. Äh, das ist vielleicht besonders schwerfällt, jemanden zu finden, dem es nicht um den Status geht und natürlich gehört das auch zur Polarität. Dass es um den Status geht, aber, sag mal, nicht zu sehr, ne? Es gibt natürlich, ähm, würde auch Frauen geben mit sicherlich, äh, Sicherheit, die, ja, ist auch egal, ich will da jetzt nicht zu, zu sehr spekulieren, aber, ja, man trifft natürlich aus, aus seinem Statusding, wo man das Gefühl hat, ich kann aus allen auswählen, trifft man vielleicht, sag ich, sag mal so, vielleicht trifft man nicht immer die beste Wahl, so, ne? Ist vielleicht die, aus, die hübscheste und vielleicht erst die netteste, aber langfristig braucht es natürlich andere Qualitäten, wobei ich kann jetzt Amira da nicht, äh, beurteilen, das sind jetzt einfach nur Gedanken, sag ich mal. Und da haben Promis schon ihren Painpoint, die haben, einerseits, äh, haben sie die Auswahl, ähm, immerhin schafft es eher in eine Beziehung zu kommen, das gelingt vielen Promis ja schon wegen dieser Auswahl nicht, ähm, aber, ja, na, vielleicht war sie doch, wissen wir nicht, aber flog mehr an Status als einem E-Mail interessiert, das ist natürlich scheiße dann, ne? Ja, ich hab das schon länger. Würdest du so apodiktisch auch sagen? Ja, ganz gut, also lauf ich mit einem Balenciaga-T-Shirt für 1000 Euro rum oder nicht, also mir ist das original scheißegal. Aber hast du das bezahlt? Ich? Ich hab's am Anfang bezahlt, hier und da und ab einem gewissen Zeitpunkt sage ich, ich kann's dir selber kaufen. Aber du würdest sagen, das ist ein Fehler? Ja, aber wenn man jetzt ohne Ende, äh, ich meine, ach, ich weiß noch nicht, ich fühl das nicht so richtig, also wenn du ohne Ende Geld hast und, äh, ja, dann vielleicht kaufen wir dann ein Balenciaga-T-Shirt und das ist ja alles ein Prozess und irgendwann merkst du vielleicht, das ist letztlich auch nur einfach ein normales T-Shirt oder du merkst, dass die wirklich reichen Leute, kaufen sie dich natürlich eher gerade keine Balenciaga, kaufen sich eben nicht Sachen, wo es draufsteht, dass es irgendwie auch Uncool ist, ähm, da ist er vielleicht ein bisschen weiter, ähm, ja, aber gut, wer plötzlich zu Geld kommt, äh, wer würde das nicht irgendwie nutzen und, na, weiß ich nicht, hier das vorzuwerfen, weiß ich nicht. Möglicherweise? Klar, das ist ein Fehler. Die großzügigkeit. Im Nachgang ist es ein rausgeschmissenes Geld, also, aber es ist egal. Ich bin ja wirklich, ich hab dann ja... Ja, und das finde ich auch scheiße, also entweder du gibst, was du gibst, so, zu dem Zeitpunkt, wo du es gibst, und dann sollte man auch seinen Frieden mitmachen. Ähm, und sicherlich, ähm, ist ja auch männliche Polarität, hat er seiner Frau viel gegeben, aber, äh, ja, wenn man das, also entweder man fühlt es in dem Moment und ist damit fein und hat auch, äh, jetzt nicht so viel Erwartung, was da jetzt zurückfließt, also ist von, von Herzen gegeben, sag ich mal, ähm, oder eben nicht, ne, und, ähm, aber dann nachher zu sagen, ähm, ja, hab ich vielleicht zu viel gemacht, ja, da muss das vielleicht, okay, kann, kann man auch machen, aber da muss man auch gucken, okay, wie, was mach ich in Zukunft anders, ähm, ja, muss man dann für sich, ähm, analysieren, aber was passiert ist, ist passiert, ne? In, in, in Sachen und in Emotionen investiert, also letztes Jahr den Geburtstag, sie sind riesen Weihnachtsfan, den 30. Geburtstag so zu organisieren und das als Weihnachtsparty zu machen, in der Skihalle Neues zu feiern, äh, Ja, also ich finde ja Olli Pocher durchaus polaren Mann in gewisser Weise, ne, er ist extrem selbstbewusst, ähm, und ist auch trocken, lustig, cool, aber natürlich können wir uns fragen, wie polar war er jetzt letztlich in der Beziehung, so, ne, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, ob uns das gefällt oder nicht, wie gesagt, steht alles drin mit Forschungsergebnissen in meinem neuen Buch, Feuer und Flamme, und, ähm, was diese Party in Neues, das betont er ja immer wieder, wo er die Skihalle gemietet hat, so, im Geburtstag und, äh, ich weiß nicht was, hört sich ein bisschen für mich an nach, ähm, Qualifying, ne, auch ein Begriff aus der Red Pill, das heißt, äh, ich muss mich beweisen, ich muss meine Liebe beweisen, ein polarer Mann macht das nicht, ne, der sagt einfach, also entweder du glaubst mir jetzt oder du lässt es, dann gehst du eben, ist mir auch scheißegal, ähm, ähm, aber ein polarer Mann wird jetzt nicht, vor allem wenn es keinen Grund gibt, man hat ja jetzt nicht gehört, dass er irgendwas gemacht hätte, ein polarer Mann beweist sich nicht und vor allen Dingen macht er nicht, was ich immer wieder kritisiere, was er kann, was die meisten Männer nicht können, das Superdate, was man in amerikanischen Filmen immer sieht, ne, also das Baseballstadion wird gemietet und, äh, ist ein Meer von Roten Rosen und, ja, aber ich weiß es, wie gesagt, nicht, ne, ich meine, sie haben die Möglichkeiten, warum sollen sie mich die Skihalle mieten, ist alles gut und, ähm, war bestimmt ein tolles Fest, war bestimmt, er muss ja auch networken, also, aber das sind einfach nur so Gedanken, ne, hat er hier einen Superdate gemacht und das ist, entgegen amerikanischen Spielfilmen ist es nicht polar überhaupt, ist es für Männer nicht polar, ähm, irgendeiner Weise sich beweisen zu müssen, ne, also der Mann sollte einfach in sich ruhen und sagen, also, ja, sorry, entweder du bist jetzt sehr happy mit mir oder nicht, irgendwie, ich tue dich, ich date dich, ähm, ich gebe hier meinen Teil rein in die Beziehung, aber muss ich mich beweisen, the fuck no, ne. Sei einfach glücklich und sei ganz du selbst. Wenn das dann die Lösung ist, dann sorry, Reisende soll man nicht aufhalten, dann ist es halt so, dann bin ich es halt auch nicht gewesen und wenn man das nicht sieht, dann ist es halt so. Kannst du dir eigentlich im Moment vorstellen, dich nochmal irgendwann neu zu verlieben? Ja, Beziehungen gehen halt kaputt, ne, also letzten Endes muss man mal sagen und er ist genauso traurig, sauer, liebeskummerig, wie will wir das vielleicht auch werden, ne. Ich werde mich sicherlich in irgendeine, es ist ja nicht so, dass jetzt sich jetzt irgendwelche nicht anbieten würden ohne Ende, aber dass alles so diese ganzen blauen Hakenschlampen, die da rumlaufen da draußen und so, die können gerne ihr Ding machen und können gerne bei Ex on the Beach und RTL Plus sich hoch und runter bumsen, aber das brauche ich halt dann auch nicht. Aber die nächste, die halt... Ja, wieder ein ziemlicher Tiefschlag, aber ich denke, was ich da raushöre ist, ich habe jemanden über Tinder gedatet, wahrscheinlich kannte die mich, ich habe einen Fan gedatet, ich habe sie groß gemacht, äh, oder, ja, sagen wir mal, ich habe sie an meiner Seite wachsen lassen, ich habe sie groß gemacht, sie hat sich groß gemacht, whatever. Sie ist auf Instagram, eine Million Follower, sie verlässt mich jetzt, für einen anderen, wo möglich, wissen wir nicht. Ähm, und dass er dann sagt, ähm, sorry, ich würde keine Frau mehr daten, die sich auf, ähm, die eine Influencerin ist oder die, die sich auf, die sozusagen irgendein Content ist, ja, Schoko, guck mal, wie hot ich bin und, ähm, und der jeden Tag, äh, vielleicht hunderte Männer schreiben, ähm, ähm, das kann ich verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich verstehen. Kommt, wird halt wieder natürlich, wird eine Chance haben, in ein Leben zu gehen, was sie so eigentlich noch nie geführt hat, außer sie agiert auf Augenhöhe. Ist das jetzt im Moment so der Scherbenhaufen, vor dem du stehst? Also zweite, also, Probleme sind ja, finde ich... Ja, sorry, dass ich wieder unterbrechen muss, aber das ist ja genau, was er sagt, ne? Er sagt jetzt, ähm, ich habe einen Fan gedatet und, ähm, wie gesagt, ich, die sind definitiv auf Augenhöhe jetzt, aber er hat halt das Gefühl, ähm, ist ja auch so ein männlicher Archetyp, ne? So, ich, ich date Aschenpuddel, weiß ich natürlich nie, aber, ähm, an meiner Seite darf sie groß werden, äh, aber das ist letztlich auch, ähm, also so verständlich das auch ist, und das ist, glaube ich, ein Traum von vielen Männern, ist das auch, ähm, das Leben ist nicht wie Pretty Woman, ne? Dass du, äh, du bist reich und holst eine Frau irgendwo raus, ähm, passt natürlich der Vergleich da auch nicht, aber, und, äh, sie ist dann ewig dankbar, dass sie an deiner Seite, ähm, ähm, an dem Ruhm und dem Geld teilhaben kann und dafür sind sie ewig dankbar und bleibt mit dir zusammen. Leider ist das nämlich so willkommen in der Realität. Und, ähm, wie gesagt, ich frage mich aus Bartheraportensicht, hat sie ihn eigentlich respektiert und wenn nein, wie lange nicht mehr? Und was sind die Gründe, eine Frau, die einen nicht mehr respektiert, da kommt nur missbar raus und, ähm, ja, das sind letztlich die gleichen Fragen, die wir eben auch schon gewälzt haben. Ich aus meiner Sicht jetzt gucke, obendrauf sind ja immer so die Kinder, also drei Kinder sind in Amerika, siehst du, selten. Naja, die kommen ab und zu auch. Ab und zu, ne? Aber eigentlich ist es ja so, wenn man so eine Familie gründet, man stellt sich das ja schon irgendwie anders vor, als wenn man die irgendwie um sich rum hat, ne? Ja gut, aber so ist es halt. Inwieweit hilft dir Sandy im Moment weiter? Ja, die hilft irgendwie, die macht einen Podcast und, ähm, wir kennen uns natürlich und haben eine ähnliche Lebensgeschichte und auch, wie wir uns getrennt haben, das war eine ähnliche Situation, Sandy war auch 30, wir haben auch, also es gab zwei Schwangerschaften, ähnliche Situationen. Er hat ja auch so einen Crash, wie viele Männer auf, auf ein bestimmtes Alter und, ähm, ja, das hat halt auch seine Schatten sein. ...500 Meter Luft, bin hier gewohnt, da gibt es ein paar Parallelen, die aber grundsätzlich typmäßig was anderes sind und das hat nichts damit zu tun, dass es ja jetzt hier in gewisser Form ist ein Vertrauensverlust, der da stattgefunden hat. Bei Sandy war es halt einfach, ähm, so unsere Haltung und wo wir herkommen aus dem Leben ist einfach eine andere. Ja, kann ich verstehen, das ist ein Riesenunterschied, ob du dich betrogen fühlst und belohnt oder ob einfach jemand sagt, du, mein Lebensweg geht woanders hin, das macht einen Riesenunterschied, ne? Sandy ist jetzt zehn Jahre weiter und jetzt im Nachhinein, jetzt sitzen wir zusammen und sie denkt sich auch, ja gut, die letzten zehn Jahre, die wir auch sparen können, hätten wir auch gleich so weitermachen können. Humor ist dein Thema. Ähm, 70 Prozent bereuen eine Trennung aus langjährigen Familien, Ehen nach fünf Jahren. 70 Prozent, ja, hört sich so raus, als wenn die beiden es auch denken würden, ja. Du hast dir eben schon gesagt, trägst ja auch das Sweatshirt noch mit, ähm, Amira und, äh, es lag oben? Ja, so oben, du guckst halt so und denkst dir, was kannst du denn thematisch heute anziehen? Ach, ist doch lustig. Und das, äh, die Beziehung, auch das Ende der Beziehung wird, glaube ich, auch Thema deines neuen Bühnenprogramms. Naja, also ich habe ja angekündigt, was kann ich am besten darüber machen. Für mich ist die beste Therapie, dass wir alle miteinander drüber lachen. Also von daher, äh, mein neues Bühnenprogramm heißt ja Liebeskasper. Das schreibt sich von alleine. Ich muss einfach nur mitschreiben, was die Leute... Ja, also das finde ich überhaupt nicht gut, ne. Also er macht jetzt seinen, will er jetzt seinen persönlichen, äh, Schmerz, will er das jetzt zu so einem Rachefeldzug machen, wo er ein ganzes Bühnenprogramm macht, äh, über, über ihn und ihre, ihre vermeintlichen, äh, Liebhaber oder wem sie da... Ist das, äh, stilvoll, ist das gut für die Kinder, ist das gut für deren Elternbeziehung? Ähm, viel nicht gut und dann geht das Ego mit ihm durch und ja, das ist vielleicht keine gute Idee. Ich würde mir so alles erzählen. Aber bist du jetzt der Liebeskasper oder wer? Ich habe mich ja zum Liebeskasper gemacht, aber das ist ja die Frage. Das werde ich ja selber dann rausarbeiten. Wer ist der Liebeskasper? Äh, Helene Fischer oder der, der das Trapez hält? Also wenn sie sich von dem trennt, das kriegt sie mit. Also von daher, äh, wir werden es auch sehen. Wer, wer, wir machen uns ja alle irgendwo zum Liebeskasper, hier und da. Äh, und das hat ja... Okay, also Helene Fischer hat ja, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, hat ja, hat sie jemand gedatet vom Trapez? War das der, den sie da gedatet hatte? Oder hat der sie... Also da komme ich jetzt nicht so ganz mit, diese Anspielung. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Aber ja, äh, Helene Fischer, wenn man so will, hat auch einen Fan gedatet. Weiß ich nicht, wie das ausgegangen ist. Aber, ja, das ist vielleicht, ist, ähm, Beziehungen unter Promis vielleicht besser manchmal, die das so kennen, jeder ist schon erfolgreich, wissen wir nicht, ähm, muss aber auch nicht unbedingt sein. Aber wieder ein kleiner Seitenhieb. Sehr viel Humoristisches. Ich habe ja gesagt, ich habe sie alle gehabt, aber alle sind auch wieder gegangen. Also von daher, machen wir uns doch gemeinsam drüber lustig. Gibt es irgendwas, was du aus so einer Geschichte lernst? Ja, was soll ich daraus lernen? Also ich würde ja fast alles genauso wieder machen, weil ich einfach in der Hinsicht mir sehr treu geblieben bin. Und ich würde, äh, das halte ich für einen Fehler, also wenn, äh, wenn man immer wieder verlassen wird, weiß nicht, ob das bei ihm jetzt so ist, ähm, würde ich, würde ich da jetzt versuchen, auf die lange Sicht kein großes Ding rauszumachen, sondern zu lernen, okay, was, da sind wir bei mir beim Thema Polarität, ne, was, äh, kann ich da anders machen, äh, dass die Frauen bleiben, so, ne, äh, dann zu sagen, ich bin mir treu und ich mache das den gleichen Scheiß weiter und ich würde auch wieder so ein super Date machen und nächstes Mal miete ich irgendwie das Olympiastadion in Berlin, ähm, halte ich für keine gute Idee, ne? Ähm, sehr wenig ändern. Also, äh, ich hab, äh, ich hab das, ähm, reinen Herzens gemacht mit Amira und das glaube ich. Ja, das glaube ich. Freulich, danke für das Gespräch. Ja, gut, haben wir es mal wieder geschafft, ähm, sehr schöner Content, ähm, was denkt ihr dazu, schreibt es in die Kommentare, lasst mir gerne einen Like da oder auch ein Dislike, alles gut, ähm, jede Interaktion bringt mich weiter und, ähm, wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben. Musik 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 Untertitelung. BR 2018